So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück beim Börsencasino, so habe ich das bei mir genannt. Ein kurzes, knackiges Format, zwei Minuten jeder und heute haben wir das Thema die Wirtschaftsmächte der Zukunft. Ich will es gar nicht lang halten, sondern wir fangen mit den ersten zwei Minuten für Jonas an. Jawohl, also zwei Minuten wird wieder relativ knapp. Ich starte gleich durch und möchte einmal kurz meinen Bildschirm teilen. Genau, ich habe hier einfach mir so einen kleinen Beitrag rausgesucht, der nennt sich so schön Deutschland verliert. Diese Länder werden 2050 die größten Wirtschaftsmächte sein. Ich gehe tatsächlich auch schwer davon aus, einfach weil, ich sage mal, im diesigen, im jetzigen Zeitraum, der jetzt dann anbricht, der Wirtschaftszeitraum, wird wahrscheinlich Daten die größte Rolle spielen und da sind einfach andere schon echt weit vorne im Gegensatz zu Deutschland. Da sind wir ein bisschen leider abgeschlagen, muss ich sagen. Wir haben nicht so die Innovationen da, was die Unternehmen angeht. Wenn man jetzt ein bisschen runterscrollt, hier zum Beispiel wird es schon angezeigt, China, Indien, USA und dann lange nichts. Das fand ich eigentlich recht treffend und ich denke, so ist meine Meinung, so wird es auch laufen. Ich möchte hier mal von ARK Invest, ja, ein bisschen habe ich noch, von ARK Invest. Dazu eine kleine Folie zeigen, das ist aus den Big Ideas 2021. Dazu habe ich auf Instagram schon mal was erzählt und wird wahrscheinlich auf YouTube auch noch was kommen. Die machen immer so praktisch Ideen für die Zukunft, wie sie das sehen, wie sich das entwickeln sollte und hier zum Beispiel einfach mal Self-Driving Cars. Ich denke, da ist beispielsweise Tesla sehr, sehr prädestiniert und weit vorne, also die USA oder Consumer Apps. Man sieht hier TikTok zum Beispiel dann China. Also ich sehe die da schon sehr, sehr weit vorne und das ist so ein bisschen meine ganz kurze und knackige Begründung, warum diese Mächte sehr, sehr weit vorne sind. Indien auch sehr, sehr aufstreben. Die haben auch wirklich tolle Unternehmen. Ich muss mich mit Indien noch ein bisschen mehr beschäftigen, weil ich trotzdem denke, dass die wirklich enormes Potenzial haben. Auch Elon Musk hat schon angekündigt, dass er in Indien investieren will. Also ich denke, da wird sich auch einiges tun. Also die drei sehe ich auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne bei den Wirtschaftsmächten der Zukunft. So, jetzt bin ich genau zwei Minuten um. Philipp. Perfektes Timing, ja genau. Also es ist ja wie schon Jonas meinte, so ein bisschen Zukunftsmusik und man kann sich da so ein bisschen schwer auch nur reinversetzen, weil wir wissen gar nicht, was passiert denn morgen oder übermorgen überhaupt. Also ist ja alles noch sehr, sehr lange in der Zukunft. Aber vor allem, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir investieren möchten, dann möchten wir ja in vermutlich Aktien investieren. Und man muss sich an der Stelle nochmal klar sein, natürlich die zukünftigen Wirtschaftsmächte, das werden Nationen sein, die nun ja ein großes Wirtschaftswachstum haben. Aber dieses Wirtschaftswachstum muss sich ja dann vor allem für mich als Investor auch Lohn. Also sprich, wo spiegelt sich mein Gewinn als Aktionär wieder, wenn die Wirtschaft eines Landes wächst? Erstmal gar nicht. Schon mal die ernüchternde Antwort. Denn ich erwerbe Anteile an einem Unternehmen oder an mehreren Unternehmen und die Aktie berechtigt mich dazu, quasi an den künftigen Gewinn des Unternehmens eben teilzuhaben. Da ist es erstmal egal, ob die Wirtschaft wächst, stagniert oder das Ganze sinkt. Wenn das Unternehmen Gewinne macht, werde ich daran als Aktionär belohnt. Wir haben einen steigenden Aktienkurs, vielleicht mit Dividenden. Und wenn das Ganze eben sinkt, dann passiert eben auch nichts. Und das heißt, ein Wirtschaftswachstum, auch egal, ob das jetzt die aufstrebenden Nationen wie China oder Indien sind, rechtfertigt auf jeden Fall noch nicht, dass ich jetzt als Investor hier auch zukünftig eben hohe Renditen erwarten kann. Dementsprechend muss man sich immer die Frage stellen, was ist das Risiko-Rendite-Verhältnis hier vielleicht? Wie viel Risiko kann ich eingehen? Und glaube ich, wirklich voraussagen zu können, welche Nationen werden eben in 10 oder 20 oder auch in 30 Jahren, wenn wir hoffentlich noch alle investiert sind, dann eben ganz, ganz oben sein. Das ist eine sehr schöne erste Abschlussrunde, finde ich. In meinem zweiten Teil will ich nochmal ganz konkret hier auch auf ein paar Zahlen eingehen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit den ersten zwei Minuten für Kai. Alles klar. Meine ersten zwei Minuten laufen. Und ich will euch direkt mal einen schönen Wikipedia-Link hier zeigen. Es geht um die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Und wir sehen hier auf der linken Seite nach BIP ist die USA und China führend. Also ist wenig überraschend. Kaufkraftbereinigend. Auf der rechten Seite ist aber tatsächlich China mittlerweile voran. Die Grafik ist jetzt vor 2019, weil es noch keine aktuellen Zahlen für 2020 gibt. Aber es gibt uns einen guten Anhaltspunkt, wie es in Zukunft auch laufen wird. Weil ich finde, der Abstand zu den dritten Platz, Japan in diesem Fall, hier auf der linken Seite, und Deutschland, Indien als nachfolgende Nation, ist schon immens groß. Kaufkraftbereinigend tauschen sich im Prinzip Indien, Japan und Deutschland die Plätze. Aber es handelt sich bei den Top 5 immer um diese Länder hier. Und wie Jonas auch schon vermutet hat, und Jonas, du hast, glaube ich, auch ein Video zu Indien gemacht. Es ist zwar ein riesiges Potenzial in diesem Markt, aber wenn ich investieren will, dann ist es mir lieber, ich setze auf die Top 2 und da ist es mir tatsächlich schnuppe. Ja, ob jetzt der eine oder andere auf der Eins ist, ich weiß, die beiden werden sich immer abwechseln. Das ist so ein Spiel wie Real Madrid gegen Barcelona. Einer von den beiden wird immer die Meisterschaft, sage ich mal, gewinnen. Im normalen Fall. Es kann natürlich auch immer zu Überraschung gekommen. Aber letztendlich werden die Nationen trotzdem, so wie sie jetzt gerade innovativ und führend sind in der Wirtschaft, auch die Börse später bestimmen. Wir sehen es noch prägnanter aktuell am ACWI. Ich nehme das einfach mal raus. Da ist die Gewichtung natürlich überraschenderweise ganz anders. Da haben wir mehr als 50 Prozent USA. Und oh, da sind die zwei Minuten schon vorbei. Ich komme in den zwei wieder. Yo. Machst du mal bitte den Wikipedia-Eintrag noch auf? Bei mir? Okay. Ja, genau. Ja. Den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Genau, den Wikipedia-Eintrag. Genau. So, dann starte ich mal bei mir. So, also wir haben jetzt gesagt, wir haben noch zwei Minuten für ein kleines Fazit. Man sieht es ja eigentlich nochmal schön. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, das greife ich jetzt gleich nochmal auf, was der Kai hier aufgemacht hat. Volksrepublik China an erster Stelle, Vereinigte Staaten, also hier bereinigt eben Indien an dritter Stelle dann, Japan, Deutschland. Ich gehe sehr, sehr schwer davon aus, dass es auch, also ich bin da absolut deiner Meinung, ich denke, dass es so ähnlich bleiben wird. Man hat natürlich auch bei China ein sehr, sehr hohes politisches Risiko. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich denke, dass die auch weiterhin enormes Wachstum und Potenzial haben auf jeden Fall und auch wirklich sehr, 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 sehr wahrscheinlich an die Spitze kommen werden, einfach durch die enorme Bevölkerung, die da dahinter steht. Wie der Philipp auch schon meinte, natürlich ist das immer kein Garant, selbst wenn die komplette Wirtschaft des Landes nach vorne geht und man investiert in einzelne Aktien, ist es natürlich nie ein Garant, dass man sagen kann, ey, mein Portfolio wird jetzt enorm performen, wenn ich jetzt mir dieses Land rauspick. Das muss nicht immer der Fall sein, aufgrund solcher aufstrebenden Länder. Generell, also der Kai hat ja zum Beispiel auch seinen Fokus jetzt auf den Nester gelegt. Ist es sowieso, jeder hat seinen Fokus woanders und unabhängig von dem, sage ich mal, ob jetzt ein eines Land besser performt, der andere schlechter. Denke ich, werden wir alle relativ gut performen. Jeder natürlich ein bisschen besser, der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Ich denke, overall werden wir alle einen guten Schnitt machen, wenn wir weiterhin investieren und egal, wer da nach vorne kommt, ich denke, wir werden alle gut aus der Sache rauskommen. Philipp? Genau, sehr schön. Ich zeige euch jetzt hier auch mal was Spannendes und zwar ist das ein Ausschnitt aus einer Studie. Warte mal hier. Da haben wir es doch. Genau, das ist hier ein Ausschnitt aus einer Studie, wie man sehr schön sehen kann. Ist schon ein bisschen älter, wir können uns mal hier die Zahlen angucken von 1929 bis 2000. Hier haben wir einmal das BIP und dann die Unternehmensgewinne hier in der gestrichelten Linie. Und da kann man ganz schön sehen, das läuft eigentlich ziemlich parallel. Also da, na klar, immer wieder mal kleinere Unterschiede. 1929 sind dann die Unternehmensgewinne ganz verschwunden, aber im Prinzip, das geht in eine Richtung. Allerdings, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass die Profite am Aktienmarkt, muss man ja eben dann auch betrachten, als die zukünftigen Gewinne des Unternehmens. Und die sind eben nicht so stark gestiegen, wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Hier bezieht sich es vor allem auf US-amerikanische Firmen und das US-Wachstum eben. Da haben wir, wie gesagt, nicht ganz aktuelle Zahlen, aber ich finde trotzdem sehr repräsentativ. Sagt nämlich Folgendes aus, dass wir Aktien mit einem durchschnittlichen Wachstum, beziehungsweise die Unternehmensgewinne, Achtung, Achtung, nicht Aktien, sondern die Unternehmensgewinne, sind durchschnittlich um die 2,5 Prozent pro Jahr gestiegen, während das Wirtschaftswachstum im gleichen Zeitraum 1 Prozent besser war, also 3,5 Prozent. Sprich, nur weil wir jetzt in China, um es mal ein bisschen zu übertragen, ein sehr, sehr starkes Wirtschaftswachstum haben von teilweise 5, 6 Prozent, oder ich weiß gar nicht, was da die aktuellsten Zahlen sind, muss es nicht heißen, dass die Performance eben auch in der langen Frist genauso erfolgreich sein wird. Na klar, aus China kommen gerade sehr spannende Unternehmen, unfassbar viel neue Technologie, die da auch da ist. Da muss man auf jeden Fall, wenn man eben sehr wachstumsorientiert investiert, da auch auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Aber es heißt eben in der langen Frist auf keinen Fall, dass man hier gesichert sagen kann, okay, hier wird man auf jeden Fall gute Renditen am Aktienmarkt erwirtschaften, wenn man in aufstrebende Nationen investiert. Dazu habe ich auch mal ein ganz spannendes Video auf meinem Kanal gemacht. Je nachdem, wo ihr das Video jetzt gerade schaut, schaut da unbedingt mal gern vorbei. Da geht es um die Emerging Markets generell, das Wirtschaftswachstum da und die Differenzen, wie sich das vielleicht auch an der Performance dann eben auswirkt. Fand ich wirklich sehr spannend. Schaut da auf jeden Fall unbedingt gerne vorbei. Und ich würde sagen, jetzt darf Kai das Ganze hier mit einem kleinen, sein Fazit dann quasi beenden. Alles klar. Dann gib mir nochmal bitte den Bildschirm frei. Und zwar kommen wir zum Schlussfazit. Also, wir sind uns alle drei einig, dass wir auf jeden Fall unser Kapital an die Börse bringen sollten. Das ist jetzt natürlich unabhängig davon, in welches Land man konzentriert geht. Die Aktienmärkte werden immer steigen, dadurch, dass unsere Menschheit immer neue Innovationen rausbringen wird und neue Technologien und wir davon alle profitieren werden. Man kann das alles in Einklang bringen. All die Zahlen und Fakten sollen dir jetzt nur einen Denkanstoß geben und dir eine Idee geben. Ich zeige dir auch hier oder wir zeigen dir hier in diesem Fall die größten Märkte nach Handelsvolumen der Welt. Das ist natürlich hier in den USA, in Nasdaq, New York Stock Exchange und all die anderen Börsen. Da geht das Kapital hin und da gehen auch die Unternehmen hin. Die wollen natürlich Kapital einsammeln für ihre Produkte, um sich weiterzuentwickeln, Kapital einzusammeln. Und wenn du dann überlegst, wo du investieren möchtest oder wo du teilhaben kannst an den Unternehmen, dann wirst du auf jeden Fall deine Rendite mitnehmen und du wirst immer, immer das Sparbuch schlagen. Also das ist ja unser größter Gegner, das Sparbuch und die Inflation. Das ist der erste Gegner, wo wir die ganze Sache machen. Und je nachdem, wie schlau du dich anstellst und dir überlegst, wo du investieren möchtest, in welche Länder, in welche Unternehmen, dann kannst du noch ein paar Rendite-Prozente rauskitzeln. Aber das Schlussfazit ist einfach, wir möchten dir den Spaß geben. Mach dir Gedanken um deine Finanzen, bring dein Geld an die Börse. Und wenn du einfach anfängst mit einem MSCI-ACV, also All Country Worlds, dann machst du schon mal nichts falsch, sondern im Gegenteil. Du schlägst auf jeden Fall die Inflation, sorgst dafür, dass über eine lange Frist dein Kapital wächst und wirst dann uns in ein paar Jahrzehnten danken, dass wir dir diesen Tipp gegeben haben. Ich hoffe, dafür haben wir uns ein Abo und ein Like verdient. Und damit beende ich jetzt mal das Ganze. Bis zum nächsten Mal.